Was denkst du? Ist das nicht gauzy? Zweiseitig, echt? Wenn ich mich schon nicht verdoppeln kann, dann wenigstens mein Outfit. Die Seite von Jacques ist farbig und voller Applikation. Hm, Andrew? Dunkel und faszinierend. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, mich umzuziehen, ohne aufzufallen. Das wird böse enden. Ich werde die Königin der Gala sein. Du brauchst ein König, um Königin zu sein. Ups. Du bist doch selbst ohne Begleitung. Ups. Hey du, Yuki. Ihr geht sicher zusammen zur Gala, oder? Ja. Und du, Quinn? Ich werde allein hingehen. Siehst du, es geht auch ohne Begleitung. Nein, geht es nicht. Außerdem habe ich eine Begleitung. Wen denn? Ich gehe jetzt durch diese Tür und lasse mich vom Ersten, der mir über den Weg läuft, einladen. Wenn man mal jemanden braucht, dann ist niemand da. Die Akademie ist wie ausgestorben. Sogar das Milky Way ist leer. Mein Glück lässt mich im Stich. Da kommt jemand. Meine Begleitung. Er ist sicher wunderschön und reich und total cool und nett. Du. Nein. Na, da freut sich jemand, mich zu sehen. Hast du jetzt endlich einen Begleiter gefunden? Ja. Eigentlich nein. Die Liste ist lang. Es wollen einfach alle unbedingt mit mir hingehen. So ist das halt. Ich wüsste da jemanden für dich. Willst du etwa zur Gala mit mir? Nein. Ich glaube eher, dass du mit mir zur Gala gehen willst. Das glaubst aber nur du. Du hast mich gefragt, ob ich mit dir gehe. Okay. Aber nur, weil ich weiß, dass ich dein einziger Ausweg bin. Und du meiner. Ich hasse es, von Mädels umgeben zu sein, die mich anhimmeln. Keine Sorge, das tue ich nicht. Ja, ich weiß. Deshalb bist du mir ja auch sympathisch. Okay. Abgemacht. Okay. Ich habe einen Begleiter. Ich bin mir nicht sicher, ob es gut ist, mit dem Erstbesten zu gehen. Zu so einer Veranstaltung geht man doch mit einer Person, der man vertrauen kann, die man mag. Oder nicht? Natürlich. Die Entscheidung ist wichtig. Sie bedeutet was, richtig? Richtig. Weißt du, Jacques, es gibt etwas Wichtiges, worüber wir noch gar nicht geredet haben. Ich weiß. Darüber reden wir heute Abend zwischen den Tänzen. Okay? Ja. Quinn. Ich muss dir was sagen. Aber versprich mir nichts zu verraten. Mhm.